Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Für mich stand heute ein lockerer Rauf auf dem Programm und das ist auch für mich immer die Zeit, wo ich mal neue Wege ausprobiere. Heute ging es dann für mich in Richtung Heidelberg drum und welche Strecken ich dort entdeckt habe und wie es auf dem Heidelberg drum war, siehst du im Video. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. Vielen Dank.